Man sieht ihnen ihr Alter nicht an, doch die Schlümpfe feiern in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag. Die kleinen blauen Helden verdanken ihre Schöpfung dem belgischen Comic-Künstler Pierre Culliford alias Pejo und gehören heute zu den beliebtesten belgischen Exportprodukten. Auf dem Gelände der Brüssel Expo widmet man den blauen Zwergen eine ganze Ausstellung. Dabei hat jeder seine eigenen Favoriten. Die rund 5 Millionen Euro teure Ausstellung wird das gesamte Jubiläumsjahr über für die Besucher geöffnet sein. Danach geht sie auf Weltreise.